Hallo und guten Tag. Ja, hier also wieder ein weiterer Beitrag zum Thema Minecraft und Städtebau. Hier vom Projekt Stalinallee, einst eine Straße, die im Jahre 1949 unter diesem Namen angelegt wurde und hier von mir auf diesem Wege auf bestimmte Art und Weise nachgebildet wird. Ja, was ist es wert, wenn man eine solche Straße baut, mit viel Aufwand und viel Zeit natürlich, diese Straße hat nur dann auch im Grunde genommen maßstäblich eine Aussagekraft, wenn man auch die Gebäude darstellt, die einst zuvor an der Stelle standen und die natürlich viel älter waren und kleiner waren. So kann man wirklich von einer Maßstäblichkeit sprechen. Hier habe ich innerhalb von etwa acht Wochen diese Straße gebaut, diese Häuserreihe, bis hin auch dort ganz hinten am Horizont, da kann man das ganz langsam sehen und auch genau diese Gebäude sind in dieser Zeit entstanden. Ich muss schon sagen, wenn ich mich wirklich heranhalte, dann schaffe ich am Tag vielleicht ein, zwei Gebäude, je nachdem, wie viel Zeit ich aufwende. Aber das Ganze ist auch die Herausforderung, hier entsprechend der originalen Vorgabe natürlich keine Typenbauten zu errichten, sondern in der Gestaltung, im Äußeren immer wieder auch den Versuch zu unternehmen, Neues aufzubauen. Und wenn es nur farblich ist oder wenn es um ganz kleine Unterschiede geht, die sich aber bitte natürlich auch, ich sagte es bereits, am Original dieser Bauten jener Jahre ab 1870 orientieren sollen. Hier sind auch Neubauten dabei, man sieht es an der Form, aber hier auch Gebäude der 20er, 30er Jahre und dann wieder die klassische ältere Form, wie ihr hier sehen könnt. Und farblich habe ich mich versucht darauf einzustellen, bis hin dann auch zur Gestaltung der Übergänge von Altbauten hin zu neueren Gebäuden der Zeit, die in den 50er Jahren entstanden sein könnten. Ja und hier könnt ihr es auch sehr gut sehen, hier habe ich die Höhe angepasst zwischen den alten und den neueren Gebäuden und so entstehen dann diese blockartigen, sehr klar strukturierten, gegliederten Gebäude. Worum es mir aber nun ging als nächste Herausforderung, dieses Gebiet eben auch weiterhin zu gestalten, eben mit Altbauten, mit sogenannten Altbauten, die ab etwa 1870 entstanden, in Berlin entstanden sind speziell. Also ab der Reichsgründung 1871. Große Herausforderung war nun also hier, hinter der von mir schon vorgestellten Sporthalle, genau dieses Gebiet hier ein Stückchen weit zu Beginn auszubauen. Ich habe mir hier einen kleinen Block hingesetzt, eine Art Aussichtsblock. Und da schauen wir mal an, was daraus jetzt geworden ist, nach circa knapp 14 Tagen, drei Wochen knapp, kann ich sagen, was daraus entstanden ist. Ja und so sieht es aus, wenn man sich innerhalb dieser Zeit, das war ab dem 26. August, heute ist der 12. September, das sind doch einige Tage, wenn man sich jeden Tag oder fast jeden Tag ein paar Stunden Zeit nimmt, um dieses Gebiet hier zu erschließen. Denn eine solche Modellstadt wirkt nur, wenn eben auch genügend Häuser vorhanden sind. Und auch hier geht es mir darum, um die Herausforderung, die Gebäude möglichst so zu gestalten, dass nicht eines dem anderen aufs Haar gleicht, sondern dass verschiedene Ausführungen tatsächlich hier auch zu erkennen sind. Ich habe jedes Gebäude mit Stockwerken ausgestattet. Ich habe sie nicht eingerichtet, diese Gebäude, aber sie sind mit Treppen ausgestattet und mit einem, ja, sage ich mal so, dass sie bezugsfertig wären. Gehen wir mal hier in diese Gebäude weiter. Hier könnten Geschäfte unten hineingebaut werden. Und hier das Gleiche, könnt ihr sehen, hier mit Treppenhaus, dass man hier auch nach oben gehen kann. Hier eine Art Neubau tatsächlich. Dann so hat man in den 1900er Jahren nicht gebaut, oder in den 1870er Jahren nicht gebaut. Das ist dann eher eine Art Lückenbau, wie man ihn so nannte. Und das wäre dann hier schon von der Struktur her, von der Gliederung her, dann auch ein älteres Gebäude. Auch dieses hier könnte auch ein restaurierter Altbau sein. Hier habe ich versucht, mal mit den Mitteln der Minecraft-Blockweise auch eine, ja, Gestaltungsvariation zu machen. Und hier habe ich mich wieder an einen Altbau orientiert, der dann auch klassisch wieder gegliedert ist. Das kann man hier sehr, sehr schön sehen. Ja, und hier auch wieder zentral ausgerichtet, symmetrische Fassade. An dieser Stelle hier, da seht ihr, ist eine Reihe ohne Fenster. Aber hier wird dann der nächste Block angesetzt, beim nächsten Bauabschnitt. Dann hier das Gestalten eines Innenhofes. Und hier wieder ein größerer Bau, der dann den Innenhof dann auch abschließt. Kann man mal hier durchgehen, durch dieses Gebäude. Und dann sind wir hier im Innenhof. Auch darum geht es mir, dass, wie wirkt so ein Innenhof, wenn man ihn sich hier so anschaut und man mittendrin steht. Das ist das Schöne an diesem Spiel. Man kann tatsächlich dieses Modell, diesen Modellcharakter der Gebäude auch begehen und kann sich einen Eindruck machen von diesen Gebäuden. Wie sie dann eben auch von den Größenverhältnissen her wirken. Also auch hier, ihr könnt es sehen, ein sehr schöner Innenhof mit Bäumen und einer, ich wiederhole mich immer wieder, mit einer klassischen Gestaltung, die angelehnt ist an das Original, was es in Berlin zuhauf zu sehen gibt. Ich will nicht sagen Mietskasernen, aber doch in ihrer Grundart recht eng bebaut und allerhöchstens fünf Stockwerke hoch. Ja, soweit also hier dieser Bauabschnitt, den ich euch zeigen wollte. Ein Blick hinter die Sporthalle und dann ringsherum sozusagen 14 Tage, etwas mehr als 14 Tage Arbeit mit diesem nun neu gestalteten Bereich. Es wird noch vieles dazukommen und das bedeutet auch viel Geduld, die ich haben muss und die Zeit, die ich mir nehme, aber auch ein gewisser Teil an Entspannung. Denn ich sage euch, ich baue ja hier nicht ganz hartnäckig an diesen Modellhäuschen, sondern nebenbei, wenn ich baue, dann entspanne ich, höre Hörbücher oder auch Themen zur Politik und mache mir ein Bild vom Weltgeschehen und da kann man hervorragend sich beim Bauen dann eben auch um solche Dinge kümmern. Also insofern, der eine, der strickt oder häkelt oder macht irgendwas anderes oder macht Kreuzworträtsel und ich als erwachsener Mensch beschäftige mich mit dem langsamen Aufbau einer Stadt. Ja, soweit erstmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Macht's gut.